Musik Hoppeti, Hoppeti, Sie werden ihn überfahren. Hoppeti, wo ist Hoppeti? Ein Fahrtfinder hat Mut, ein Fahrtfinder hat Mut, ein Fahrtfinder hat Mut. Na, das wird mir bestimmt mehr wehtun als ihm. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, das war was. Oh, Hoppity, dass du auch immer Faxen machen musst. Oh, immer noch der alte Hoppity. Hey. Hoppity. Gute Nacht, Herr Hummel. Gute Nacht. Amüsiert euch gut. Oh, das machen wir schon. Keine Sorge. Dumme Fliege, du verpatzt mal wieder alles. Aber der Boss hat's gesagt. Wir sollen sie verfolgen. Gute Nacht. Wir gehen doch glatt in dieses piekfeine Kabarett. Wie kommen wir da rein? Wir tun ganz so, als ob wir dazugehören. Kapiert? Gute Nacht. Guten Abend. Ja. Raus mit euch. Draußen geblieben. Was dummes. Ich hätte vielleicht doch meinen Smoking anziehen sollen. Damenwahl. Darf ich um die nächste Rumba bitten? Schöpfein. Ja. Ja. Ach, ich hab mich in meine Bavacatty- android. Ich habe mir das bei dir meine Lipps-Basch. Sie hat das in der Serie, die neuen Mal im Handel. Ja. Musik Wer kam zu Pfeiber Klumpf mit Kirschen auf dem Hut? Kettivass, 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 ja sie war's. Und wer küsst, den Farmer so versteckt sich dann im Heul. Kettivass, 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 Kettivass. Was die so erreichen, dabei kann das Mädchen mir. Nicht das Wasser reichen, mir der Klatschmohnwiese ziehen. Aber wer kriegt den Farmer so nun 50.000 Pfund? Kettivass, 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 Kettivass. Doch sie war's, verlasst euch drauf. Wer kam zum Pfeifenglock auf dem Huteblumenkohl? Und wer küsst den Pharma-Sohn, versteckt sich dann im Hohen. Da wär Käthi was, war's nicht, doch's war Käthi, Käthi was. Käthi war ne dufte Biene und sie wusste weh. Doch ich weiß ein Bienchen, das mir lieber isst als sie. Aber wer, wer kriegt den Pharma-Sohn und 50.000 Pfund? Ich krieg die Käthi war das, ja, 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 weil das trägt auch sie was, Käthi was. Ich hab jetzt genug von dem dämlichen Rumgehopse. Die werde ich jetzt ausrotten. Gib her, du haust doch bestimmt daneben. Lass mich nur machen. Kleine Kröten haben auch Gift. Immer willst du den ganzen Spaß haben. Wie darf ich einem eins über die Rübe drechnen oder sowas. Nie kann ich mich bewähren. Ja gut, dann mal getreten, alte Holzhusse. Aber dass du ihn da triffst, hau bloß nicht daneben. Jetzt pass auf, jetzt rappelt's im Karton. Jetzt springt die Oma auf die Kommode. Prima, Hintlauen hast du, du spatzende Hirn. Du schienäugige Mikrobe, dir sollte man einen Fliegenfänger schenken. Nein, man kann Gift drauf nehmen, dass du alles verpatzt. Du Stecknadelkopf, du schienäugiger. Man müsste dich wirklich... Oh, oh, da sitzt jemand in der Tüte. Entschuldige mich einen Moment. Ich hab ihn mit ihnen auf den Tüte. Entschuldige mich, du schienäu, Junge. Ich hab ihn mit ihm gezwungen. Hier brennt die Sicherung durch. Kann sein. Also Hoppeti, du warst großartig. Du hast ja richtig Funken gesprügt. War gut, nicht wahr? Sei mein kleiner Baby-Hummel-Schatz. Dubidum, dubidum, das bin ich für dich. Süß wie Honig bist du, kleine Fratz. Ach, wie möcht ich selig schwirren mit dir durch die Blütenirren. Sind wir glücklich, wo uns niemand sieht. Ob bei Tag, ob bei Nacht, immerzu. Sei mein kleiner Baby-Hummel-Schatz. Dubidum, dubidum, das bin ich für dich. Aber bin ich glücklich, frag ich mich. Du und ich, du und ich, du und ich. Ist mein Herzschlag, hörst du ihn? Es gibt noch andere hübsche Bienen. Doch ich will nur dich, mein süßer Honigfatz. Zum, 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 zum. Vielen Dank, Hoppeti. Es war ein wunderbarer Abend. Warte nur, wenn wir das dem Boss erzählen. Oh, mein, das haut ihn um, das haut den Alten glatt um, wirst sehen. Oh, mein, das haut ihn um, wirst sehen. Ja, wer klopft da? Wir klopfen bei euch. Hopp! Schnipp! Schnipp! Und? Wir haben sie verfolgt. Ja, oh Mann, oh Mann. Wo sind sie hingegangen? Was haben sie gemacht? Was sie gemacht haben? Sie meinen, was sie nicht gemacht haben. Oh, oh. Führt hier keine Komödie auf. Was ist passiert? Er war mit ihr in dem Amuseerschuppen. Er meint natürlich den Nightclub. Und da haben sie geschwuft, aber wie? Was ist schon dabei? Viele Leute gehen tanzen. Das schon, edler Meister, aber die meisten Leute tanzen so. Ja, und? Die beiden haben eben nicht so getanzt. Mach mich nicht wahnsinnig. Wie haben sie getanzt? Ja, ungefähr so. Hört auf, es reicht. Na los, macht schon, Edeling, den Rest. Den Rest war noch mehr. Ja, oh nein, das war schon alles. Bleiben Sie auf dem Teppich, Boss. Das war alles. Ach nee, sieh mal an. Hat er sich vielleicht nicht abgeschmätzt? Er hat sie geküsst, ja. Ja, so, Bossy. Also, doote Tipps. Hoppeti, bäh, dieser langhaxige, langstelzige Spring ins Fels. Der wird mich nicht in Angst und Schrecken versetzen. Schließlich bin ich ja reich. Hab Charakter. Ja, bin gesellschaftsfähig. Hehehe, eine Persönlichkeit. Gute Nacht. Guten Morgen, Mr. Chittabuck. Oh, guten Morgen, Hoppeti. Guten Morgen. Ah, guten Morgen, liebe Frau Stinkwanzer. Wie geht's den kleinen Stinker? Guten Morgen, Leute. Hallo, Hoppeti. Hallo, Squinch. Guten Morgen, Hoppeti. Na, was macht die Kunst des Echens? Hallo. Hallöchen. Die Menschen kommen! Die Menschen kommen! Allee, 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 Allee! Ja, ja! Ja, 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 ja. Die Menschen kommen!